Auf diesem Hügel wachsen nicht nur Bäume, sondern Kreuze. Dicht an dicht bedecken sie zu Tausenden die Erhebung, aus Holz oder Metall in Trauben oder Einzelnen. Der Berg der Kreuze, nahe der Großstadt Charloé, ist eines der populärsten Touristenziele Litauens. Aus ganz Europa kommen Besucher hierher. Es ist wie ein Friedhof, aber ein Friedhof für alle. Aus ganz Europa können Leute hierher kommen und wenn sie zum Beispiel nicht wissen, wo ein Angehöriger begraben liegt, können sie hier ein Kreuz für ihn aufstellen. Alles begann Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Bewohner der Gegend stellten Kreuze auf den Hügel, um damit Gott um die Befreiung von der russischen Besatzung zu bitten. Bis eines Tages ein Wunder geschah. Es wird erzählt, dass es einmal eine wundersame Heilung eines jungen Mädchens aus gutem Hause gab. Diese Geschichte hat sich verbreitet, wurde immer wieder weitererzählt und bis 1940 war der Ort sehr stark besucht, vor allem im Sommer. In der Sowjet-Ära wurden die Kreuze mehrere Male niedergewalzt. Doch jedes Mal waren kurz darauf wieder neue Kreuze da. Der Ort wurde zu einem nationalen Symbol Litauens. Aldona, Dovidous Kieme und ihr Mann haben vor 20 Jahren hier ihr Kreuz aufgestellt. Seitdem besuchen sie es in regelmäßigen Abständen. Wir hatten das Versprechen abgelegt, dieses Kreuz aufzustellen und tatsächlich haben meine Söhne erfolgreich studiert und wir führen ein glückliches Leben. Und ich habe sogar immer noch eine Arbeit. Unsere Familie genießt den Schutz Gottes und ich bin sicher, es ist Dank dieses Kreuzes. Es wird sogar erzählt, dass alle, die verflucht wurden, die den Hügel schlecht behandelt haben. Dieser Wald von Kreuzen wirkt eben viele geheimnisvolle Geschichten. Und ich habe auch noch eine Arbeit.